so ich würde mal sagen willkommen zu einer neuen folge von kreis ich spiele gleich im stream mit bei der lieben scheune gescheune es auf twitch damit eine runde mit dabei ja viel spaß und zuschauen ja schon habe ich mich stark für euch und jetzt erwarte screen alter 4 drückt sein könnt dann schief freischalten stimmt habe ich auch gehört was kommt ihr damit kommt ihr als erstes ziel immer jetzt 1 3 4 bis die bildschirm drückt ja du kannst witzel wir war ich das zum beginn obwohl wir hin als überwinden das kann ich vielleicht ich habe die man auch nicht gespielt also ich werde verkehren wenn ich den weg und dann ja ich auch und auch nicht ich werde nach oben geschossen das ist hier los ich komme nicht nach unten ich komme gar nicht ich komme gar nicht und nach unten und ich dachte du wärst immer auf meiner seite jetzt mal schnell hier jetzt mal hier lang 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 ich bin einfach runtergeheatet worden ich auch ich auch na komm na komm na komm na komm ist durch hier nein ventilator geht mir weg geht mir weg einigen sind schon im ziel verdammt ich auch gleich na komm hier rein 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 und ja qualifiziert ich habe alles erreicht ich kann gehen erst ohne bestanden ich weiß ganz genau dass sie diese abkürzung am ende nehmen soll und sie hat es schon wieder nicht getan obwohl der frosch gerade groß wurde als sie gekommen ist ich habe mein höhn ich habe mein höhn spring party oh nein das käme ist das ach ne ich schon wieder da falle ich noch aus das ist doch bin ich benutzt schau nicht du musst jetzt drin bleiben ich habe auf dich gesetzt das wird doch nix ich kann doch nicht hüpfen Wolfi ist ein Säckelchen glaubt ihr mir das in diesem Map habe ich in meinem Leben noch nie gespielt ich auch noch nicht ich auch nicht voll toll voll toll boing 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 Konzentrier dich auf einen und durch. Nein, ich bin drüber weggesprungen. Was bin ich denn hier? Was mach ich denn? Nee, mach ich nicht. Hast keinen. So wird das doch nix. So wird das doch nix. 2 von 15. Warum springe ich denn an einem Reifen vorbei? Das ist doch nicht wahr. 13 Punkte. Ich bin glaube ich close. Ich bin 2 von 15. Ich bin durch. Ja ok, ich bin durch. Nice. Erster sogar. Wie glorreich kann man denn verkacken? Es ist wieder unten. Das ist doch nicht wahr. Diese 3er-Ringe kann man auch easy mitnehmen. Es ist doch nicht wahr. Was mach ich denn hier? Man, ein scheiß Dreckspunkt noch. Ich fasse es nicht. Nein, ich brauche auch nur einen. Ich bin runtergefallen. Ich brauche noch ungefähr 15. Nein, mach ich nicht. 1 Dreckspunkt. 4. Ok, dass ich wenigstens noch 5e schaffe. Na, geht doch. Mein Gott. Du auch, Fauli. Bist auch durch. Na komm. 5 von 15. Immerhin. Ja, den habe ich jetzt wohl verpasst. Yay, ich bin drin. Einmal von den Scheiß-Buskeln weggeschoben. Hey, 5er-Ringe. 3-Ringe. Alle 8 Punkte. Was mach ich denn? Was mach ich denn? Äh, Scheune, du bist noch nicht fertig. Nee, komm. Scheune, ich hab dich. Ja. Oh mein Gott. Komm. Die Map war scheiße. Die Map war scheiße. Das ist... Das war nicht meine Schuld. Aber den habe ich jetzt verpasst. Das Mini-Spiel war scheiße. Aber Leute, ich muss mich gleich jetzt aufwandern damit schon. Ey, 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 wow, 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 wow. Äh, können wir bei dir irgendwie im Kanal Hände hoch oder auch was? Oh, das kann ich jetzt natürlich schon wieder. Das ist dann... Nein, das ist nicht erlaubt. Nicht in dem Fall. Ja, das ist nicht erlaubt. So ist, nee, generell oder jetzt so halt Spaß oder... Ja, logisch kann man manipulieren. Das ist ja das Schlimme. Ja, okay, aber ist ja wichtig, wenn man das vorher weiß, ne? Uh. Ah, so. Ich bin so schlecht in Fallgeist. Ja, cutie. Den machen wir gleich, Marion. Nächste Runde. Deswegen ist es ja so schwer, wenn, ähm, Join ins Finale kommen soll, auf Ja zu wetten, weil es kann hier alles probieren. Mhm. Ich werd mal nächste Woche... Wie blöd ich bin, ey. Schon wieder die gleiche Map, wo ich bin. Ich werd mal nächste Woche meinen Laptop mitnehmen, wenn ich, äh, wenn ich verreist bin. Und werd da mal ein bisschen, werd da mal ein bisschen Vollgeist drauf proben. Werd da mal ein bisschen üben, damit ich das nächste Mal, wenn ich wieder reinkomme, ich wieder aufnehme. Alles nur learning by doing. Wenn ich in der nächsten, in der nächsten Aufnahme bin ich dann wieder, das bin ich dann wieder... Ach. Dann komm ich ins Endgame. Aaaah. Pauli. Ich liebe das. Was lass mich. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Ich nehm mir die Arme der Zeit und mach da immer... Abends beim Motorbier. Nachdem ich die Sitz wirklich keiner mehr gesehen habe. Nein! Nein! Aha, Torxei! Juhuu! 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 Das wird geliebt. Ich bin raus! Jo... Äh! Das wird... Festgehalten hier. Das war ich jetzt beim E-Raus-Sinn. Ja, hat sich nicht mitgelohnt. Ach ja. Aber der Bob ist auch gleich raus. Tja, Scheune ist noch drin. Ja, Scheune ist noch drin. Der Mecha-Gurzilla ist auch noch drin, der ist hier mein Herzpfeil. So ein teurer Skin, das ist ja. Elitiger. Ja, ich bin aber nicht mehr da. Aber es haben doch auch welche auf sie gesetzt, also. Ja, genau. Ich hab gegen sie gesetzt, ihr müsst auf sie gehen. Doch, für alle, die auf mich gesetzt haben, ist es richtig gut, weil richtig viele auf nein gestimmt haben. Auf sie. Jans, also die Quote, die Quote ist gerade 1 zu 22,68 auf ja. Ich bin doch für die Scheune, das ist doch muster hier. Also es ist 22-fache. Scheune! Oh, du kleine Sackgesicht! Nicht fast halten, fast halten sie nicht. Scheune! Wer ist das? Fast halten ist gemein. Was? Frash? Hey, Scheune, warum hältst du mich jetzt fest? Weil es Frash mich grieft, ich muss mich an jemanden festhalten! Alter! Griefen! Griefen scheiße! Was? Was? Ja, kann möglich sein! Was ist denn mit Scheunen los? Ja, ich weiß! Scheiße, es ist weg! Ich schaff's nicht mehr! Nein, ich schaff's nicht mehr! Ich auch nicht! Was war denn mit uns los, Boxer? Wälzt du raus? Ach, wir waren ja beide gerade so blöd, ne? So war Krono! Was macht er denn hier? Oh nein! Oh nein, Lou! Das bringt euch ja nichts! Das bringt euch ja nichts! Das bringt ja nicht so viele Punkte! Wie die jetzt gewonnen hätten! Wenn auch ja! Hat der gerade mein Befehl befolgt? Ich sag grad Kratz ab und Ticke und der springt in Abgrund! Finale! Die Quote war irgendwie mit... Hä, wie viele sind denn noch nach uns raus geflogen, lol? Alle! Viele! Alle sind raus geflogen! Ich war ja so klug und bin vor dem Board runter gesprungen, ne? So, Finale! One on one! Scheiße! Ich bin nicht dabei! Oh nein, kein Finale! Die großen Fällen! Doch, Finale! Einer fällt jetzt raus! Ich hab jetzt grad nicht aufgepasst! Wie viele Leute sind jetzt eigentlich noch drin? Zwei! Zwei! Also im Prinzip Finale! Okay! Du, Nephi und die Legende! Ja! Ich bin zweimal drin! Ich bin zweimal drin! Kannst du bitte Werte auflösen? Jetzt kommen beide weiter! Du und die Legende! Ja sag ich doch, ich bin zweimal drin! Ja! So, Nephi, Nephi, Nephi! Oh, let's go! Oh, Nephi! Go, Nephi! Go, Nephi! Go, Nephi! Go, Nephi! Go, Nephi, Nephi! Lass uns einfach Zeit! Ja, komm! Let's go! Let's go, Nephi! Let's go, Nephi! Let's go, Nephi! Es sei nein, der fällt raus! Nö! Nö! Naja, rausfallen, dann spawnst du einfach wieder! Du darfst nur nicht so langsam sein, dass irgendwann der Timer startet! Nö! Nö! Wozu dann dieses Spiel ein E2 von 2 weiterkommen? Ja, das fragt man sich immer! Die Zeit anzuschmelzen! Wer schmelzt? Wer schmelzt? Meine Schokolade! Ohhhhhhhh! Ohhhhh! HMPH! Ich hab keine Wort verstanden! Ich hab alle Ihre Werte und das verstehen! Meine Schokolade! um gleich zu hören, dass Scheune wieder Bauschnetzen hat in das Team. Das kam nicht vom Essen. Also, ich kann schon mal sagen, die finale Wette wird sein, wer das Finale gewinnt. Na komm, schaffst du es auch noch, Splash? Hops. Ja, wenn... Wird runterfallen. Ach nee, ist ja noch dasselbe, sorry. So, ich werde jetzt die Vorhersage schon mal starten. Ihr habt zwei Minuten Zeit zum Wetten. Und beide drinnen. Wozu war das Spielbaum da? Hey, okay, warte, warte, ich möchte vor was abdrehen. Nephi? Ja? Wir wetten aber nicht auf die andere Person und schmeißen uns einfach runter, okay? Hops. Hä? Doch, exakt, das wird passieren. Ich kann eh nicht wetten, ich bin damit überfordert. Okay. Aber nein, das ist lame. So, let's go, Finale. Jetzt aber wirklich. Die Punkte werden mir schmecken. Na, immer noch die letzte Runde. Was soll ich das hier? Das ist ja nicht Finale. Wann ist denn das hier, nicht Finale? Ja, nicht Finale. Was soll denn der bis das? Ist egal. Zwei gegen zu, zwei gegen zu ist das Finale. Kann man eine bitte ausscheiden hier? Okay, es muss einer rausfliegen, bestimmt. Nee. Mal einer so langsam sein, dass die Zeit läuft. Der Timer. Das ist doch unspannend hier. Danke, Juna. Genau, was geht's? Boah, Nukose, Alter. Hallo, Nukose. Nukose, 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 Nukose. Was? Der kriegt dir keine Nuk-Snappung mit. Der ging nicht gerückt. Natürlich. Ich denkst du. Deine Punkte wäre ich mehr extra, als du mitfing, weil du uns ist. Das ist aber ziemlich leiser. Du bist vor mir gestartet, das ist dir bewusst, oder? Oh, meine Wette. Oh, wie lange bei dich. Wie blöd ist denn das hier mit dem? 30% auf Nephi, ne? Ist es mal im Ernst, wie ist denn das jetzt? Kann man eine Gnade geben? Nee, wie kann man eine Gnade geben? Kann man eine Gnade geben? Nee, dann muss ich eigentlich verlieren, damit die Leute, die gegen mich gewendet haben, besonders viel gewinnen. Aber Nephi, vielleicht habe ich auch auf dich gewettet und springe jetzt einfach runter. Nee, weil du hast auf dich selber gewettet, das sehe ich schon. Mit 590 Punkten. Jetzt letzte Runde. Dünnes Eis. Vielnade. Erinnert ihr euch noch an gestern, als ich Nephis Weibchenpater runtergeschmissen habe? Vielnade. Ja. Ja. Ist es jetzt letzte Runde? Ja. Ist das große Finale. Ja, ist das Finale jetzt tatsächlich, ja. Nephi vs. Scratch. Nephi, du schaffst es. Na komm, Nephi, go Nephi. Das ist zu zweit, weil das ewig dauert, bis erstmal die ersten zwei Schichten wegschulden. Mach doch mal eine Mittellinie durch. Go Nephi. Go Nephi, 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 Nephi. Go Nephi, 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 go Nephi. Na komm, let's go. Der mit der coolen Brille. Nephi, alle setzen auf dich. Let's go, Nephi. Das ist echt mies. Was, warum? Ah, komm. Ich hab da gesehen, was wir da rausgebracht haben. Ja. Du bleibst auf dem Eis. Du bleibst auf dem Eis. Nephi, 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 Nephi bleibst auf dem Eis. Äh, Anti-Mate hast du nicht gemacht, oder? Den mach ich noch. Okay. Wollt ihr, es wurde ja auf mich gesetzt, da kann ich ja nicht einfach dann Anti-Mate, weil Nephi, ich mess' mich eh raus. Nephi. Na komm, er schafft's. Alle glauben an ihn. Die Hoffnung der Community liegt auf seinen Schultern. Und die Kanalpunkte. Wie wird er es schaffen? Nein, er schafft es nicht. Wir werden es sehen. Da ist er. Die Spannung steigt. Er wird gegrabt. Da ist er. Eine wunderschöne. Hallo. Nein, und er fällt, und er fällt. Wir haben jetzt gewonnen, wir haben jetzt gewonnen. Der Gewinner ist nicht Nephi. Nicht Nephi. Oh mein Gott, du Eger. Der stauft jetzt richtig Punkte ab. Oh, wie groß deine Toys schmeckt mir so gut. Boah, ihr Lieben. Oh Mann. Und alle, die auf mich gewettet haben, das tut mir sehr leid. Ja, Leute, da bin ich raus. Danke fürs Zuschauen. Gerne. Ja, Leute, ich bin auch raus. Das ist... Leute sollen auch raus. Ist mir... Reicht mir jetzt, nachdem ich zu... Nachdem ich immer in der ersten Runde ausgeflogen bin und dann mal zuschauen musste. Ach nee. Da muss ich mir Gedanken machen. Ich muss noch üben und wir sehen uns wieder, wenn ich beübt habe. Und das ein bisschen besser kann. Muss man nicht hier wissen. Ein bisschen mehr Skills vom Gäste haben. Also, schau, würde ich mal sagen. Spray, ich will, hast du uns gekriegt. Du hast ja 590 gesetzt. 22er Quote. Ich habe meine 500 zurückgekommen. Jo. Da bin ich nach oben. Abo, Glocke. Hauts an den Abend. Ciao. abo. abo abo a bamboo a Bis zum nächsten Mal.